ja leute willkommen zurück zu minecraft oder auch schlecht kraft ja ganz genau ja wir sind zurück im tal der seelenlosen richtig und jetzt geht es wieder ab ich zeige euch jetzt erstmal meine kleine kuhfarm die ich hier einfach mal so in die erde rein geballert habe hier so ein paar kühe ja und ich werde mal versuchen meinen turm zu retten inwiefern man da überhaupt noch was von retten kann mein gott das sieht echt ganz schön komisch aus hier ein turm ist unrettable was hast du damit gemacht warum willst du ihn retten ja ich hab den gebaut ach so ok ja klar wir haben ja vor kurzem mal erwähnt dass wir das doch so machen dass wir acht parts ohne gas machen und dann halt eine session mit gas haben wir uns nicht so weil ich das machen war doch nicht so weil das einfach zu viel ist naja das machen wir nicht wir machen einfach weiter wie gehabt das heißt ein paar ohne einfach mit eine session mit eine session ohne wir müssten sonst an einem tag wird drei stunden aufnehmen mein drei stunden aufnahme ist zwar jetzt eigentlich nicht so das problem aber drei stunden minecraft aufnahme ist dann irgendwann doch ein problem aber das schlaucht halt ein bisschen und ja das hatten wir jetzt so abgesprochen weil wir halt kaum dazu kommen richtig was zu bauen und ja wir machen jetzt einfach so wenn man gerade doch bock hat was zu bauen dann machen wir das einfach im stream fertig ja dann müssen einfach ein bisschen mal dranbleiben und auch mal vielleicht im streamer reingucken meckerei mit oh was habt ihr denn jetzt gemacht und so die ziehen nicht weil keine ahnung ist ja auch eigenes verschulden kann man sich die wiederholungen ja auch immer wieder angucken ja oah ey WTF können halt also gucken bis er blau schwarz grün und gelb gefärbt zusammen seid ja lila getupft lila getupft genau ich bin im übrigen irgendwie so ein bisschen richtig macho in der birne heute also warte das warte wollte ich nur mal gesagt haben ich hab doch noch zehn weizen muco ist ich wollte nix mehr hier was seid ihr denn für scheiß kühe na egal also falls ihr euch jetzt fragt warum mache ich das ich brauche leder ich habe jetzt wölf stecks bücher und das reicht nicht brauche noch mehr aber ich will ja eine bibliothek bauen dafür brauche ich halt leder nein level 25 ja scheiße ich sag dazu immer nur wieder level 79 bis level 100 das ist mein ziel und dann mal gucken ja ich überlege gerade wie ich das hier mache wie so ein pferd hat das gerade geklungen ja sollte auch look at my horse my horse is amazing so und dann auch nochmal für die die das jetzt vielleicht nicht so wirklich mitgekriegt haben ich habe die kirche fertig gebaut auch im live stream da hat ja nur der turm gefehlt ich würde das ja gerne aufnehmen aber ich kann zurzeit nicht mit obs stream weil ich halt ein usb headset habe und da spackt da richtig rum und wenn ich mit obs stream könnte dann könnte ich auch minecraft nebenbei aufnehmen wenn ich strebe probieren irgendwann muss man da mal helfen ja gern mal irgendwie angucken jetzt muss halt nur sagen wenn du mal zeit hast dann ich wollte auch nur das schiff fertig bauen aber ich habe keinen plan wie man da so ein segel baut keine ahnung da habe ich das dann einfach mal gelassen genau war einfach mal immer ein verlassen das ist ganz gut ja dann sieht auch noch scheiße aus das sieht auch so schon scheiße aus wenn man da kannst du gar nichts mit falsch machen mit dem hatten wir das noch mal gebaut mit dem sepix ab ne ja mit dem schiff ja mit der rockdown war geil wäre jetzt wenn man die treppen so setzen könnte man kann sich nicht so neigen aber wenn man die so runter bauen könnte das wäre richtig cool wenn da ist zeit für das bett stehen hier oben hallo ihr dunkel go ja so ist fein schön nach hause gehen der anigma war ja schon richtig geiles spiel irgendwie ne kommst du jetzt da drauf weil ich so musik höre der voll ähnlich ist die ganze zeit ja das kommt bei mir anfang nächsten monat als let's play richtig gut ich hab da bisher zweimal durchgezockt das ist so gut das spiel ich fand früher mal den den ersten spinnenbots fand ich so geil ich weiß nicht warum aber den fand ich geil ich habe es auch gespielt aber das ist alles schon wieder so lange her dass ich mich da gar nicht mehr richtig daran erinnern kann und du hast das ja doch auf dem super nintendo richtig gezockt ja aber auch nicht zu wenig ich hab das ja auf dem emulator gezockt dann vor ein paar jahren wollte ich jetzt nichts machen so mc dürfte jetzt eigentlich kein neuland mehr sein dürften eigentlich alle mitbekommen haben so das baumhaus ja genau das baumhaus ja ja warte lass mich das hier eben noch lass aber gleich zusammen gucken weil ich wollte dann nämlich auch nochmal eben zeigen vielleicht nochmal erklärt kurz und zwar haben wir halt im stream ne gar nicht offscreen sogar das war sogar offscreen ja haben wir aggie und sepp haben baumhaus zusammengebaut und ich hab mit candy auch eins gebaut direkt daneben ja so pärchen minecraft spielen so voll süß und so voll romantisch und alles und ja gut aggie und sepp haben also haben halt nicht so lange gebaut und wir haben halt danach noch stundenlang weiter gemacht deswegen ich weiß nicht ob ihr das irgendwann nochmal weiter baut mal keine ahnung mal gucken wir hatten auf jeden fall richtig langeweile voll süß und so boah mit mc ist schon chillig mc ist gut ja hab ich eben auch schon benutzt also ich bin so ich hab dann also mir ist das zu müßig mir dann ein gelände zu bauen oder sowas ja ist es auch so ein gerüst und deswegen lass ich das dann meistens lieber eher als dass ich ja was weiter mach und jetzt mit mc habe ich dann aber auch Bock irgendwie jetzt hier noch was zu machen ja ich muss grad mal noch was anderes holen na komm wir lassen den sepp jetzt aber nicht noch länger warten bist du da? ne noch nicht ich bin jetzt grad nur hier bei mir aber ich lauf da grad mit mc rüber so warb 6 oh da sieht man direkt die candy warte warte meist haben sie wahrscheinlich schon im stream gesehen da ist halt der texture pack ein bisschen angepasst ja wo fang ich denn hier mal ein bisschen an können wir erstmal rüber zu sepp gehen ähm wo bist du denn ja ich bin jetzt hier ok so auch gleich guck's doch mit mc ja vielleicht mal so gucken von außen so das ist selbst ein agis und außer ich werde auch noch gar nicht angeguckt so richtig ja wir haben halt versucht ja wir haben halt versucht das so weit wie möglich ähm irgendwie so ein bisschen natürlich zu halten also bei uns drüben waren halt vielleicht weil wir haben so viel von den dingern gefarbt ne von den äh wie heißen die noch? leaves und auch von den liaren und so richtig übertrieben richtig gesuchtet richtig gesuchtet ja aber richtig gesuchtet da war auch hinter teilweise noch im stream und so das sind mal die Bilder mit den Frames da drin die Bilder mit den Frames da drin da kannst du mir zufrieden sein da kannst du mir zufrieden sein da halt deinen Maul und fick mich mein gawd ach was süß ach was süß guck mal hier verstehe ich mich achso da gehts runter da geht es nach unten Versteh'n hier nicht Verkrankt wie das von hier aus aussieht Boah, weil wenn das Gästehaus hat verschandelt, dann wieder so voll in Anblick Richtig gut, ey Oh, das AIDS-Gebäude Nur für nackte Nur für nackte Tschüss Ja, wieder zurücklatschen NETF, ach, was liegt denn hier rum? Oh, da ist der Manuel, hallo Autsch Frag mich ja immer noch, was ich mit dem ganzen Rotten Flash machen soll Das ist voll überflüssig Mit Redstone kann man jetzt mehr oder weniger was anfangen Also ne, die Funktion an sich nutze ich davon gar nicht von den Redstone Blöcken Sondern benutze das einfach dafür Als Dekomittel Ja, bei mir auch Das ist so Ersatz für rote Wolle Ja Ist doch so Aber euch sieht das ja ein bisschen anders aus Ja Dann kann ich nebenbei dann auch ab und zu mal da die Kühe füttern gehen Und dann muss der TT mir gleich irgendwann nochmal sein Schwert leihen Ja Obwohl ich glaube ich mach mal eben meine Bücherregale Ja, ja doch Bücherregale wollte ich fertig machen Ich hab mich gar nicht geholt, bitte Bin ich jetzt ein bisschen falsch gelaufen, egal Wow Ja genau, ey Den Grab muss ich glaube ich mal neu setzen Oh Komm 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 Ja Toll Jetzt komm ich ja nicht hin oder weiter Ist ja geil Kann ich eigentlich wenn ich schon mal hier bin Das eben nochmal Fertig mal 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 Hör ein zu hoch achte die schaufel habe ich ja auch noch btf richtig gut schön dass ich das auch mal mitkriegt dass ich das noch hab sagst du findest du jetzt so sachen von denen du gedacht hast du hättest gar nicht ja meine andere verzauerte hacke nur mit fortune und so ein kram wo habe ich denn meine ganzen wo sind denn die bücher hin sind die büchers wo sind die büchers aber war ja doch ich glaube ich weiß wo die sind mal dahin rennen oben zu weiß es gerade gar nicht ich glaube hier drin ja und leute das ist alles gefahren auch wenn nicht danach aussieht ja ich hab letztes auch noch mal ein bisschen gefahren weil ich auch dann meinen diamanten vorrat letztens echt ganz schön übel angekratzt hatte diamanten habe ich auch gefahren ich glaube ich habe sechs decks jetzt irgendwie ja ich habe voll viel verbraucht ich glaube ich habe also ich habe jetzt wieder vier ich hatte aber weniger der ist ja ein bisschen fail hier oben also ich will einen ganzen stack bücherregale und noch ein stack jetzt habe ich schon drei stacks mit dem wollte ich bei mir im lager habe ähm ich hab vielleicht glas rein müsste ich erstmal holen oh da habe ich ja auch noch was 1 2 3 4 5 oh mein gott jetzt wieder die musik an bei mir die sich richtig nach terranigma anhört ich glaube das ist egal wenn ich das so mache ach boah bin ich verballert ach echt ja ja jetzt habe ich vier stacks vier stacks bücherregale ach so minecraft komplett lösung das buch habe ich gerade mit gelungen müh achst du dann verbraucht achst du dann verbraucht ne schon sagen ey der war voll wichtig achst du dann redest du mal kurz um den kühlen gehen, wo wir schon mal hier sind und ob wir das jetzt mitnehmen denn wir sind cool süchtigen ja ich möchte dir jetzt nur einmal so hilft ich da hoch bis sie schon von alleine sterben wegen platzmangel und dann kaputt ist auch wieder zu viel des guten habe ich dann machen wir so nein ich glaube ich baue das dorf heute im stream noch ein bisschen weiter wobei ich eigentlich was andere zu ihm wollte ich habe im moment wieder so voll die minecraft sucht phase war wollten eigentlich suchten ach hier können wir doch die balling of isaac und so ich glaube ich zog ich dann später zog ich erst mein kopf und dann später bis hin ein sticker ich weiß ja nicht ob das reicht an der drehe ich auf jeden fall nicht ich will eigentlich gar nicht anfangen mit dem dach ne ich krieg sowas nicht hin ich kann sowas einfach nicht wie war das eigentlich der spawn der spawn ist glaube ich immer aktiv kann das sein inwiefern wie meinst du das ja ich meine der spawn also der spawnpunkt der auf der welt gesettet ist dass der immer aktiv ist wenn er zum beispiel was anpflanzt dass das da wächst egal ob du da bist oder nicht und das weiß ich